Liebe ist die Lösung von Dr. Sabina Pettit, Pacific Essences Letzten Oktober habe ich wieder ein Workshop in Brasilien gegeben. Es ging um Traumaheilung in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, und wie Essenzen helfen können, die Erinnerungen an Traumen auf der Zellenebene zu löschen. Es war ein dreitägiger Workshop, in dem wir die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf die Meridiane untersucht haben und wie verschiedene Symptommuster direkt mit einem traumatischen Ereignis in unserem Leben zusammenhängen können. Ich spreche dabei nicht einmal von großen, wirklichen Traumen wie Überfällen, Gewalt, Krieg oder vielleicht Pandemien. Ich meine eher gewöhnliche Lebenserfahrungen, wie den Tod eines geliebten Menschen, Scheidung, Arbeitsplatzverlust, Einsamkeit und vielleicht das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem täglichen Leben. Unabhängig davon, ob es sich um ein schweres Trauma handelt, das niemals hätte passieren sollen, oder um alltägliche Dinge, die fast jeder von uns erlebt, ist es immer wichtig, wie wir mit diesen Ereignissen umgehen, um uns in einem Zustand des Wohlbefindens zu halten. Wenn wir diese gewöhnlichen Erlebnisse nicht verarbeiten und loslassen, können sie dazu beitragen, dass wir uns in unserem Körper-Geist-System insgesamt unwohl fühlen oder uns sogar lähmen. Am zweiten Morgen des Workshops stand ich um 5 Uhr auf, um mich auf das Programm des Tages vorzubereiten. Als ich meine E-Mails durchsah, erhielt ich einen Link zu dem Song I Still Haven't Found What I'm Looking For, aufgenommen auf der ganzen Welt von ICRC und Playing for Change. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Mein Herz öffnete sich und die Tränen liefen mir über das Gesicht. Mir wurde klar, dass ich über den Verlust meines Hundes Baba weinte, der vor kurzem gestorben war, und vielleicht auch über all die anderen Verluste in meinem Leben. Ich fragte mich, wie kann ich mir anmaßen, anderen etwas über die Heilung von Traumen erzählen zu wollen, wenn ich offensichtlich selbst noch darunter leide? An diesem Morgen sprachen wir im Workshop über das Element Feuer und insbesondere über die Auswirkungen von Traumen auf den Herzmeridian und das Herz selbst. Mein eigenes Herz schmerzte. Aber eine unserer lieben Pacific Essences-Lehrerinnen in Brasilien, die Psychologin, Homöopathin und Blütentherapeutin Teresa Guimarex, hatte am Tag zuvor die Idee vorgeschlagen, dass Musik eine universelle Sprache ist, die uns helfen kann zu heilen. Musik kann Differenzen zwischen Kulturen überbrücken. Wie Essenzen ist die Musik eine Schwingung und wir können uns von ihrem nonverbalen Energiefeld umfangen lassen. Ich bin also von meinem Plan für den Tag abgewichen und habe das Lied gespielt, das mir um 5 Uhr morgens das Herz geöffnet hatte. Dieser Seminartag wurde zu einer erstaunlichen Heilungserfahrung für die 60 Teilnehmer und auch für mich. Wie in dem Lied ausgedrückt sitzen wir alle im selben Boot und es gab ein bisschen mehr Sehen und Gesehenwerden. Ein bisschen mehr Verletzlichkeit und Offenheit für Möglichkeiten. Eine wichtige Erkenntnis ist für mich, dass wir lieben müssen, damit unser Herz gesund bleibt. Nicht nur Bewegung und die richtige Ernährung halten unser Herz gesund. Man kann all das tun, aber wenn man seine Liebe nicht mit einem anderen Wesen teilt, sei es ein Zweibeiner, ein Vierbeiner oder sogar Mutter Natur selbst, dann wird das Herz nicht mit voller Kraft arbeiten. Und jetzt weiche ich nochmals vom Plan ab. Kürzlich war ich in einem Konzert mit einem 50-köpfigen Frauenchor, der A Cappella sang. Die Musik war großartig, multikulturell und passend zur Jahreszeit. Aber auch das Publikum faszinierte mich. Ich entdeckte ein Baby mit seinen Großvätern, seinem Vater und seinen Großmüttern. Die Mutter saß im Chor. Die Sanftheit und Fürsorge, die von dieser Familie ausging, war spürbar, obwohl ich auf der anderen Seite der Kirche stand. Die beiden Großväter wechselten sich ab, um das Kind zu beruhigen. Sie wiegten es, trugen es, gaben ihm die Flasche. Und es blieb während der ganzen zweistündigen Aufführung ruhig. Als die Vorstellung zu Ende war, ging ich zu ihnen und sagte ihnen, dass ich von der Liebe, die sie füreinander empfanden, verzaubert war. Als ich anschließend zu meinem Begleiter zurückkam, sagte er, Wow, du siehst aus, als wärst du verliebt. Und das war ich tatsächlich. Dieses Gefühl trug ich mit mir bis zum nächsten Tag. Und jetzt, da ich es mit ihnen teile, spüre ich es wieder. Wie können wir die Liebe kultivieren? Indem wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas oder jemanden richten, der uns glücklich macht. Und unser Herz erhält. Es ist seltsam, wie ich gleichzeitig so tiefe Trauer darüber empfinden kann, dass Babas physischer Körper nicht mehr in meiner Welt ist und gleichzeitig so viel Liebe für ihn und Dankbarkeit für all die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Dasselbe gilt für meinen Mann Michael. Wohin ich auch schaue, sehe ich seine grenzenlose Liebe zu mir, zu Mutter Erde und zu dieser heiligen Reise mit den Essenzen. All diese Gedanken und Wahrnehmungen nähren mein Herz. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Geist des Herzens Shen genannt. Shen gibt uns die Fähigkeit zu Freude und Liebe, Inspiration und Leidenschaft, Mut, Mitgefühl und Hingabe. Shen ist Lachen und Licht, Frieden und Zulassen, Behaglichkeit, Leichtigkeit und Begeisterung. All dies sind die Qualitäten eines gesunden Herzens in der TCM. Wie können wir also die Harmonie im Herzen wiederherstellen? In ihrem Buch Five Spirits – Alchemical Acupuncture for Psychological and Spiritual Healing erklärt Laurie-Yves D. Char Die Shen sind Yang und wie die kostbaren Wildvögel suchen sie den Himmel. Wenn sie nicht von den Yin-Essenzen der Erde umgarnt und genährt werden, erheben sich die Shen und fliegen in die himmlischen Gefilde. Um einen geeigneten Ruheplatz für das Shen zu haben, muss das Herz in einem Zustand bleiben, der seiner ursprünglichen Natur nahekommt. Heiter, akzeptierend und offen. Von einem solchen ruhigen Herzen strahlt das Licht des Shen aus und erhält das Leben aller, die es berührt. Die einzige Sorge des Weisen ist es, die Ruhe des Herzens zu bewahren, damit die leuchtenden Wildvögel des Shen einen geeigneten Platz zum Ausruhen haben. Und wieder sage ich, Liebe ist die Lösung. Oder wie es der persische Lyriker Hafiz ausdrückte, das Thema des heutigen Abends ist die Liebe. Und morgen Abend auch. Um ehrlich zu sein, wüsste ich kein besseres Thema, über das wir reden können, bis wir alle sterben. Ich hoffe, das Lied gefällt Ihnen. Es ist ein beruhigender Gedanke, dass wir vielleicht wirklich alle im selben Boot sitzen und dass jeder von uns einen Unterschied machen kann, indem wir uns entscheiden, auf unser Herz zu achten und in unserer Welt zu sein. Mit Segensgrüßen, Sabina Pettit Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de Vielen Dank fürs Zuhören.